Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Kinderwegen 3 in 1. Das High-End-Produkt in unserem Kinderwagen 3 in 1 Test geht an den Lionelo Ember. Lionelo Ember ist ein multifunktionaler 3 in 1 Kombi-Kinderwagen, es kann sowohl als Kinderwagen mit Schalensitz als auch als Tragewanne verwendet werden kann. Der Sitz vorwärts aber auch als Buggy gegen Fahrtrichtung montiert werden. Die Rückenlehne kann in drei Stufen verstellt werden, von Sitz bis zur bequemen Liegeposition. Sorgen für mehr Sicherheit beim Fahren Volle Übereinstimmung mit der europäischen Sicherheitsnorm Schützt das Baby vor Wind, Regen und Sonne Das Vordach ist mit OKF 50 Plus ausgekleidet, das die UV-Strahlen reflektiert und für die richtige Temperatur im Inneren des Kinderbaggys sorgt. Zusammen mit dem Kinderwagen erhalten Sie Tasche, Moskitonetz, Regenschutz, Wickelauflage, Universaladapter, Bezug für die Tragewanne, den Kinderwagen und Autositz. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssäger ist der Kesser Loops 3 in 1. Ab der Geburt bis ins Kleinkindalter alles dabei. Der 3 in 1 Kinderwagen mit einer großen Auswahl an Zubehör ermöglicht dir die ideale Mobilität ab der Geburt deines Kindes. Die Rückenlehne der Babywanne und des Sportsitzes sind stufenlos verstellbar. Das Sonnenverdeck ist vierfach verstellbar, abnehmbar und waschbar. Sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann, ist die Buggy-Einstellung der perfekte Begleiter. Mit nur wenigen Handgriffen bauen Sie den Kinderwagen zum Buggy um. Bei der Sitz-Liege-Position können Sie dabei zwischen drei Positionen wählen. Durch das Klick-System wird die Babyschale ganz einfach auf das Gestell montieren, es wird kein separater Adapter benötigt. Der Sonnenschutz ist sowohl verstellbar als auch abnehmbar und waschbar. Ein praktischer Korb zum Verstauen von Einkäufen und so weiter. Zusätzlich befindet sich an der Rückseite des Buggys eine Tasche mit Fächern. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kinderwagen 3 in 1 Test ist der Kidoco Kinderwagen 3 in 1. Der Kidoco Kinderwagen ist ein multifunktionaler Begleiter für Kinder von der Geburt bis zu einem Gewicht von 13 kg. Das enthaltene Komplettset ermöglicht ideale Mobilität. Der Kombi-Kinderwagen kann sowohl mit Schalensitz als auch mit Tragewanne verwendet werden. Für die kalte Jahreszeit mit abnehmbarer Schutzdecke und Lenkergriff mit Kunstlederbezug, praktischer Rückseitenorganizer mit Fächern, seitlicher Getränkehalter, eine neugeborenen Einlage. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Babywanne zum Sportsitz umfunktionieren und lässt sich ganz einfach auf das Gestell montieren. Der Sicherheitsgurt sorgt für mehr Sicherheit beim Fahren. Die Buggy-Einstellung kann verwendet werden, wenn Ihr Kind selbstständig sitzen kann. Der 3 in 1 Kinderwagen besteht aus gepolstertem Material. Der wärmende und schützende Kunstlederbezug kann je nach Bedarf ganz einfach abgenommen werden. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.